Da ich in letzter Zeit sehr oft gefragt werde, welche Befehle ich nutze in CSGO selbst, um eben diese ganzen Tutorial-Videos zu machen, dachte ich mir, ich zeige sie euch einfach geschwind. Um die Befehle nutzen zu können, braucht ihr die Konsole, das ist diese hier, die öffnet ihr euch ganz einfach, indem ihr auf Options geht und dann auf Game Settings und dann macht ihr sie hier oben an, hier, also auf Yes, bei Enable Developer Console und des Weiteren müsst ihr noch auf die Keyboard Settings und sie ganz unten eben auf irgendeine Taste legen. Ich habe sie auf Punkt gelegt, wenn ich auf den Punkt drücke, dann geht sie an. So, der erste Befehl, um die Freeze Time am Anfang der Runde wegzubekommen, ist folgender. Ihr gebt einfach MP-Freeze Time 0 ein und dann ist die Freeze Time nicht mehr da, wenn ihr einen Neustart macht. Ich zeige es euch mal kurz. So, jetzt kann ich direkt anfangen. Des Weiteren gebe ich, jetzt habt ihr eben gesehen, MP-Restart Game ein, um eben das Spiel direkt neu zu starten. Jetzt wollen wir natürlich noch mehr Rundenzeit haben, damit wir auch mehr Zeit haben, um überhaupt irgendwas zu machen. Dafür geben wir einfach MP-Round Time-Defuse 60 ein. Also 60 steht dann in dem Fall einfach für, ich glaube, 60 Minuten. So, jetzt haben wir 60 Minuten Zeit, um hier rumzudödeln. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Wenn wir jetzt ein Smoke- oder Nade-Tutorial machen wollen, ist es echt ärgerlich, wenn man seine Nade verwirft und dann ist sie weg. Darum brauchen wir folgenden Befehl. SV-Infinit-Amo-Lehrzeichen 1. Und nachdem ihr das eingegeben habt, habt ihr einfach alles immer wieder. Es refresht sich direkt. Also, ihr könnt dann schon mal unendlich viele Smokes schmeißen und müsst dann nicht ständig irgendwie einkaufen gehen. Wenn man Smokes lernen möchte, ist es natürlich sehr hilfreich, dass man den Weg der Smoke verfolgen kann. Also mit so einem Strich. Und das erreicht ihr, indem ihr einfach folgenden Befehl nutzt. SV-Grenade-Trajectory 1. Nachdem ihr das eingegeben habt, kommt folgende Nachricht. Das kann man nicht benutzen. In dem Fall sagt euch die Konsole selbst, was noch nicht stimmt. Und zwar müsst ihr SV-Cheats auch auf 1 setzen. So, gesagt, getan. Dann gebt ihr die letzten Befehle nochmal ein. Und schon könnt ihr sehen, wie eure Smoke fliegt. Oder auch jegliche andere Granate. Naja, ihr seht die Dobser als rote Punkte, ihr seht den grünen Strahl eben als Flugbahn. Und schon könnt ihr eure Smokes üben und trainieren. Wie Wahnsinnige. Wenn ihr trotzdem aus irgendeinem Grund noch in der Runde was kaufen wollt, wer weiß, weil ihr es am Anfang vergessen habt, äh, Lirum Larum, gebt ihr einfach MP-BuyTime-1000 ein. Durch diesen Befehl habt ihr 1000 Sekunden Zeit einzukaufen. Das wird wahrscheinlich reichen, ihr könnt es aber auch einfach noch erhöhen. Wenn ihr nicht genug Geld für eure Käufe habt, dann gebt ihr einfach erstmal MP-Max-Money-9999 ein. Damit generell das Cash-Limit hochgesetzt ist. Und dann gebt ihr noch MP-Start-Money und dann eine beliebige Zahl ein. Und wenn ihr dann wiederum neu startet, dann seht ihr, dass ich jetzt ziemlich viel Cash am Start habe. Und zwar 9999. Und ich kann hier auch, solange ich will, eben einkaufen. Wenn ihr jetzt aber den besonderen Wunsch habt, überall einzukaufen, könnt ihr auch noch MP-Buy-Anywhere-Lehrzeichen 1 eingeben. MP-Buy-Anywhere-Lehrzeichen 1. Das heißt, ich kann jetzt einfach hier einkaufen. Oder hier. Also ich kann überall einkaufen. Das hier ist übrigens Noclip. Das habe ich mir gebeinert auf eine Taste. Also wenn ihr in die Konsole Noclip eingibt und SV-Cheats aktiviert ist, dann ist es an. Und wenn ihr Noclip wieder eingibt, ist es aus. Wenn ihr jetzt unbedingt mehr Granaten kaufen wollt als nur diese drei, könnt ihr noch folgendes eingeben. Ammo-Grenate-Limit-Total-Lehrzeichen 4. Und dann könnt ihr eben noch eine vierte dazukaufen. Ich teste mal kurz, ob es auch auf fünf geht. Das habe ich noch nicht getestet. Ja, man kann sogar fünf Granaten kaufen. Also ihr könnt das scheinbar beliebig erweitern. Und dadurch, dass wir auch diese unendliche Ammo-Anzahl eingegeben haben, haben wir jetzt so viele Granaten, wie wir wollen. Von allen. Oh mein Gott. Was man natürlich speziell noch für ein Wallbank-Tutorial braucht, ist, dass man die Impact sieht. Der Schüsse, also wo sie einschlagen. Am besten eben hervorgehoben. Und das geht einfach mit sv-showimpacts-Lehrzeichen 1. So, ich habe es eingegeben und jetzt sieht man hier die Impacts. Man kann also so auch direkt die Wallbanks untersuchen. Man kann gucken, wo man durchbanken kann und wo nicht. Und mit welcher Waffe man wo durchbanken kann und wo eben nicht. Ich denke, das war es erstmal soweit. Falls es noch was fehlt oder ihr Fragen habt, könnt ihr mich das gerne in den Kommentaren fragen. Achso, ja, ein kleiner Tipp noch am Ende. Das hat jetzt zwar nichts mit dem Tutorial hier zu tun. Aber ich kann euch folgenden Befehl nur ans Herz legen. Und zwar cl-mute-enemy-team-1. Mit diesem Befehl könnt ihr nicht lesen, was euer Gegner-Team schreibt. Das ist gerade perfekt für Leute, die sich sehr leicht triggern lassen. Die dann direkt nur noch am Schreiben sind, das ganze Spiel über. Sowas sollte man generell nicht machen. Hört auf, mit den Gegnern zu schreiben und mutet sie einfach. Dann könnt ihr auch nicht sehen, was sie schreiben. Und ihr habt einfach ein ruhigeres Spiel und seid gegebenenfalls nicht so abgefuckt. Ich erlebe es leider immer wieder, gerade bei Jüngeren, dass sie sich komplett mitreißen lassen vom Gegner-Team, also von dem Trash-Talk. Und dann ultramäßig ausrasten. Und dann nicht mehr spielen, sondern nur am Schreiben sind. Also gebt diesen Befehl auf jeden Fall auch diverse Male ein. Beziehungsweise bindet ihn direkt in eure Config ein. So habe ich es gemacht. Das heißt, sobald ich irgendwo reinsteune, ist das Team automatisch bei mir gemutet. Ich kann nicht lesen, was die Gegner schreiben. Und das ist wirklich sehr angenehm. Ja, soweit so gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.